der U-B-D-U-B-D-U-B-D-U-B-D-U-B-R-U-B-I-R Sieht halt aus Ah, mehr Dann 50 Schienen bitte Krieg's gleich der fertige Sklerk, ist ja auch die schon gebaut Dann müsst ihr halt noch ein paar Signale sitzen Geht nicht, ist kaputt So, jetzt geht's Leicht Ich fahr einfach mal geradeaus, mal schauen, wo er hinfällt So, jetzt brauchen wir hier unten beim Öl dann noch einen Bahnhof Du könntest jetzt mal beim Öl unten alles abreißen Und ich bau mal das Öl dann noch freundlich aus Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein Dienstfahrzeug Oh, das war die Ölpumpe natürlich Das ist nothing selected Ey, was ist los? Pipes Das ist immer gut Was wir auch noch mal mitbedenken können Wir können jetzt eigentlich weiter auch In die Tiefe gehen Stimmt eigentlich auch, gell Wir können jetzt, kannst oben Also blau und kannst lila aktivieren zusätzlich Also hellblau und lila Ja, was ich mal Schauen würde, wäre Ja, was denn Was denn? Was wären irgendwie Interessant für uns, also Interessant, interessant Im Bereich Strom, was wir halt da machen Dann muss man halt Strom masten Nee, nicht Strom masten, sondern Produktion Strom Bissere Dampfkessel Eigenverwaltung, was macht denn das? Orientplastik Kohle Das ist so dein Bereich, oder? Ja Wo sehe ich mich denn rein? Elektrikfahrzeug bauen wir noch nicht Fortgeschritte Materialverarbeitung 3 Das ist ja auch nicht so schlecht dann Ja, das könnten wir eigentlich auch mal Das ist Warenlager Komm, Hauptlage Die kleinen haben wir ja wohl schon So, auch mal machen könnten Wir haben Militär 3 Was ist denn das? Aha Bugistik 3 klingt auf jeden Fall auch schon mal gut Auf Tour, alles reingeklasht wieder Ja, aber wie du siehst Nur 17 Minuten Programm Ja, aber lass mal lauf Ja, aber Nicht lange Alles abreißen Ja Danks und Ja, die Danks kannst du auch abreißen Also egal Ja, wobei Öldank würde ich nicht abreißen Selbstvoll Aber den Rest kannst du abreißen Der ist eh alles leer Wir brauchen unbedingt noch unsere Produktion Für was? Für Motoren So, warum? Keine Ahnung Vielleicht zuvor bin ich hier gerade umzusetzen Dankwagen musst du halt gucken Dass wir den noch haben Sonst kann man nix machen Wir brauchen ja trotzdem zwei Züge Und Waggons Deshalb musst du hier noch ein bisschen arbeiten Zweitensug hätten wir jetzt schon Ja, Waggon brauchen wir mal noch Ja doch Ne Ja, hast ja geradehin gesagt Ja, machen wir mit Dankwagen Also mit Dankwagen oder mit Fässern Ich würde schon mit Dankwagen sein Ja, dann brauchen wir ja Äh, Dix machen Keine Transport machen Was ist denn los? Ja, reist du mal da ab, dann kannst du oben wieder neu aufbauen Oder einen Platz suchen, wo wir das aufbauen Dann, bauen wir, was müssen wir Öl ist, eh nicht ins Teil Öl, ach nee Ich weiß nicht, ich kann da einfach, stinkt nochmal, hier Der Gleis reinbauen Ja, baut hier einfach Du musst halt dann mal schauen, was du so brauchst Alles tiefer, gut Ach, das brauchen wir auf jeden Fall Das, 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 das kann weg Warum hast du einen Tank für Wasser gebaut? Mh, das war wahrscheinlich nur für das Erdlich Dass der Wasser hat Also eigentlich glaube ich der jetzt natürlich nicht Was? So, du hast schon eine Einbildung gemacht Sehr schön Mann, wie so ein Riesenparadies hier mit dem Riesentor Also aufbauen Flätzchen suchen Ja War erstmal unsere Produktion hier für Dings Und halt ein bisschen Größe aufbauen, dass wir das dann schön machen können So wie ich hatte, was dir das versagen Ab 1000 Pumpe weiter und so Nichts wird zusammengeklatscht Oder so, aber so schön romantisch und eng Nee Dann Oh, ne Zukunftstelle Eins, zwei, drei, ja Da ist noch Hier drin Dann Doh, ey Wann wir hier eh stehen? Äh, wo haben wir denn das? Hey Zugrunde geschickt Öl Wie nennen wir das? Öl Eins Ich nenne es einfach Öl, also Warum man das hin? Warum keine Ahnung, man? Was ist denn jetzt schon richtig programmiert? 3 1 kann aber leider kann es werden das kann ich finden stattfinden der da muss ich die zugsignale wahrscheinlich anders setzen so passt auch nicht ja okay das zugsignale kann nicht passen so jetzt müsst ihr finden oder der zug ist hat ja nur eine spitze er kommt zu mir nicht raus so deswegen ich gebe ihm ein zweites teil kann auch aus wir nehmen den besseren tankwagen eine bessere textur hat tankwagen und zug da können wir den auch noch einfärben schwarzer so schwarze die nacht tankwagen sowie befüllen wir den jetzt mit einer pumpe eine kleine bombe schwarze zum beispiel schwarze schwarze äh, wir, was brauchst du denn im Moment? ja, für die Bombe äh, mehr hab ich nicht das ist aber fast recht Elektromotoreinheit ja, Elektromotoreinheit hab ich auch ein paar ja jetzt kann ich eine Bombe bauen mein ganzes Vermögen dir gegeben und die Bombe bauen wir hier hin oder? Einfach nur die Pumpe fertig, oder? ja, die Pumpe halt rein stimmt, wir haben ja extra wegen dem Mod haben wir ja den Dings drin na, passt gut dann kann man hier eigentlich alles abbauen stimmt, wir wollen hier unten gar nichts verarbeiten nur Öl, wollen wir haben Tohle brauchen wir auch nicht weil sie den Öl dann können wir stehen lassen also Wasser Wasser brauchen wir auch Wasser brauchen wir ja ach so, stimmt, wir wollen hier oben alles verarbeiten ja, ja, ich bin dämlich und schwarz Bomben auch mal weg da, dass ich dann gescheiter machen kann mach das halt ey wie wärs mit Untergrund? ja, wollt ich eh grad jetzt machs ordentlich man baut das nicht jeden Tag geiiiil so, jetzt war nächster voll gar nicht weil er ist nicht reinpumpt der pumpt nicht rein weil wir ihnen nicht sagen was da reinpumpen soll wahrscheinlich nee, das ist ja normal egal, oder? warte mal, wenn wir innen leeres Fass geben warte, der hat ja irgendein Inventar Inventar macht da nichts du musst in die Mitte in die Mitte machen warte, verzeihung vielleicht muss ich die Pumpe in die Mitte machen ja, wir hatten ja noch einen älteren nur das ist ja eigentlich der bessere Tanker ich selber antworte nicht, was machst denn du eigentlich, Ed? ich mach mal ja aber du bist der Server jetzt funktioniert's sehr schön, und jetzt sieht man nämlich kann man nämlich auch draufklicken bei dem und sieht wie viel drin ist ja, er sieht auch rechts drüben ja, das konnte aber der andere nicht der hat ne viel bessere Textur ja gut, und jetzt könnten wir eigentlich theoretisch sagen bei Öl 1 Zeit vergangen ja, passt die Automatik komm, fahren wir mit dann müssen wir hier oben aufbauen, ja ja gut, voll kann das Ding ja nicht werden wir haben jetzt auch noch nicht die beste Pumpe eigentlich es gibt ja auch noch die naja, die schneller vor allem, wir tanken ja auch grad aus dem Tank der Tank wird durch nichts befüllt somit haben wir überhaupt keinen Druck eigentlich da brauchen wir eigentlich brauchen wir noch ne Pumpe für aus Dingern, ja schon, ja 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 Öl Basis Invental ne, aus Invental ok, dann wartet er eh mal noch Stahl Möchte er das tun Anschluss an Null nächster Halt Öl 1 so so du da noch ne Bombe, eh kannst du noch bauen, eh wir müssen, wir muss ich dir jetzt bauen, verkehrt rum wahrscheinlich ja das halt rausziehen weiß nicht, ob das mittig ist weiß ich auch nicht wird zu sagen wenn wir mal was drum geben ähm die Seite frei, wohin ja einfach gerade rechts rüber und drüben können wir eh schon verarbeitet ja du meinst oben hin, auf meine Spielweser ja da wo der Wald ist und dieses grüne Pumpe ja komm, gut ähm ich brauche lange Untergrundbände am besten aber die auf das Rohre immer noch wir haben flüssig Gott na komm, mein Pumpe aber meine Spielweser, die ist ganz wichtig da dann war ich dann meine biochemischen experimente weiter wir werden mal schon mal wir werden mal schon mal ich hab uns noch mal ein Tor gebaut das gefällt mir ich kann nämlich A hier unten noch ein Tor bauen ja, dann kann man das da rein machen ja, hier haben wir ja eigentlich schon genug Platz für die Aufbau für Öl oder? 2 Minutes